Ja hallo, wir sind heute bei der Social Media Week in Berlin. Hier treffen sich alle Facebook-Freunde und Twitter-Götter. Wir wollen mal so hören, wie die Leute hier so tippen. Hast du denn bei Facebook und wie viele im wirklichen Leben? Bei Facebook sind es so ungefähr 180. Und darüber hinaus im wirklichen Leben ein paar mehr. Also ich schätze so ungefähr 200. Freunde bei Facebook habe ich glaube ich 120 oder so. Wirklich gute Freunde im wirklichen Leben eine Handvoll. Aber die sind auch richtig gut. Was ist das heimlichste, dass wir jemals getwittert haben? Dass Beethovens neunte besser ist als Sex. Hallo! 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 Herr Schmichen, ich begrüße Sie. Hallo! Ich spreche mit Zeitverzögerung aus Tirol. Ja, das war nur ein kurzer Ausflug von uns zur Social Media Week. Drinnen wird noch heftig diskutiert, wie es denn jetzt weitergeht mit den sozialen Netzwerken. Wir haben nur festgestellt, und nicht nur unser Mikrofon funktioniert nicht, sondern wohl auch drinnen haben sie einige Probleme. Aber so ist das halt im Web 2.0. Aber so ist das halt im Web 2.0. … …